So, dann wollen wir heute die letzte Bonus-Quest hier in den Spitzen von Arak machen. Haben wir gestern eine oder zwei gemacht, ich weiß es jetzt gar nicht. So, hier unten ist dieser komische Außenposten. Da drüben ist der Flugpunkt dafür. Und der heulende Fels ist hier, glaube ich. Wo wir die letzte Bonus-Quest machen können. Ja, wir haben momentan viel die Karte auf, aber so ist es am einfachsten. So sehen wir, wo genau wir schon waren. Wir fliegen jetzt einfach mal hier hoch. Klauenwacht. Kränwinkel. Ja, der heulende Fels brauchen wir noch. Ich will halt auch gucken, dass wir so viel wie möglich hier noch entdecken. Oder war das hier drüben? Nein, hier war das nicht. Aber hier unten ist ein weiterer Flugpunkt. Hallo? Und tschüss. Da oben der heulende Fels, genau. Hier. Ich würde sagen, das wird dann auch die letzte Welt-Quest, die wir machen. Ich glaube nicht, dass wir hier dann noch so viele Erfahrungspunkte für die Welt-Quests kriegen. Wir machen dann wirklich in Legion weiter. So, hier drüben müssen wir dafür hin. Und zwar müssen wir hier killen. Die hier? Nee. Fahle Orcs getötet. Drillac-Eier zerstört. Entzugsritual unterbrochen. Leeren Ritual unterbrochen. Zerstörungsritual unterbrochen. gespeicherte Projektionen getötet. So, dann gucken wir erstmal, ob wir irgendwo Eier finden, die nicht unbedingt bewacht sind. Hier unten ist zum Beispiel... Nee, das ist kein Ei. Da ist kein Ei drunter. Da ist ein Ei. So, Eier haben wir zwei. Feiglinge. Ich weiß. Das... Na komm. Scheißleiste. Das und... Das hier. Sehr schön. Und dafür müssen wir jetzt unterirdisch... Wo geht's rein? Da. Ja, das ist wieder so einer mit ewig viel Leben. Den brauchen wir aber. Oh. Das war's. Wir haben alle eine Menge Leben. Da haben wir jetzt einen, ne, wir haben jetzt schon zwei Apexe Schlüsselsteine. So. Da gehen wir mal besser raus. So, das haben wir unterbrochen. Wehe, du setzt dich jetzt gleich zurück. Wofür brauchen wir eigentlich diese Schlüsselsteine? Vier Stück brauchen wir davon. Der ist schon wieder da. Hackt's denn? Nein. Ich brauche ein Ziel. Ach, da hat sie da echt nicht mehr... Wir haben den gerade eben gekillt. So, ähm... Wo geht's weiter? Hier drüben. Und wir rein. Ich frage sie. Wir gehen. Lasst uns. Das ist ja. Das ist ja. Das ist ja. wie viel fahle ox braun sieben also ich glaube in der zwischenzeit hätten wir in lügen schon viel mehr erfahrungspunkte durch verschiedene quests machen können sehr schlimm hier wo sie denn jetzt der eine also so das haben wir auch unterbrochen wir brauchen noch einen einzigen ort muss es hier noch fall auch getötet so und hier drüben wäre dann glaube ich das nächste ihrer vernichter so das haben wir wir schleichen uns an ihn ran und hoffen dass die anderen so weit weg sind dass sie uns nicht sehen so das haben wir und jetzt gespeicherte projektionen getötet haben wir vier von den steinen ja weil die brauchen wir nämlich glaube ich dafür und zwar wo ist der eingang wo ist denn der eingang zu der blöden höhle jetzt hier so einmal unsichtbar machen und hier jetzt gespeicherte projektion angreifen und hier ja 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 so sehr schön was nicht level ab das haben wir gleich auf dem rückweg killen wir jetzt zwei von denen das hier können wir abbrechen so wenn wir den killt haben müssen wir normalerweise level ab sein sehr schön 104 erreicht gut das hier können wir auch abbrechen weil ich möchte jetzt nicht unbedingt ins schatten mond tal was wir jetzt machen wir fliegen jetzt nach talador weil mich interessiert ist jetzt schon wie viele erfahrungspunkte wieder kriegen also wir fliegen hier nach schadrat fliegen von dort aus nach nagrand suchen eine bonus quest und schauen mal wie viele erfahrungspunkte wie für diese kriegen würden weil wir haben ja jetzt die ganze zeit 42.210 also von 30.000 kriegen ja bonus erfahrung durch unsere klamotten sind ungefähr 40 prozent die man dazu gekriegt haben und wir schauen jetzt einfach mal wie viel extra erfahrung wir hier kriegen würden und wenn es genug sein sollte also für 15.000 mache ich in den ganzen stress jetzt nicht noch mal sollte es mehr sein dann machen wir vielleicht noch die bonus quest in 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 nagrand genau so wir wollen einmal darüber fliegen einmal entdecken hallo ich will das hier alles entdecken so schadrat ist entdeckt die ist böse da drüben die sind böse hier unten die sind böse wir wollen nichts böses und hier drüben ist nagrand oh wir sind schon in nagrand sehr schön hallo ich war hoch genug war hier nicht eine quest da vorne äh sprecht mit frall in warf gut da wollten wir eh hin weil das so gesehen die hauptstadt hier in nagrand für uns ist und von dort aus können wir mal gucken ob wir was finden ich glaube die erste war sogar hier gewesen hier drüben da ist war hier den flugpunkt können wir auch holen ring des blutes ring der prüfung quest 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 der gute doktor ablehnen unkraut jäten ablehnen ich will hier dass wir in den ring sollen weil da müssen wir zum beispiel hier gegen reißglaue kämpfen wo war denn diese blöde quest hier oder müssen wir da erst questen i don't know hallo hallo war hier einen dienst zu leisten nein will ich nicht so kriegen ja nee also 15.050 machen wir nicht wir machen jetzt einmal ruhestein gebrochener hauer wo kommen wir denn da raus ich weiß es nicht deswegen keine ahnung okay wir haben hier doch den dollar an ruhestein den nehmen wir jetzt genau und werden dann ab morgen in legion weiter questen so da sturmkrähe nein das möchte ich nicht weil das ist nämlich weiterführende quest von wegen artefaktwaffe und die anderen artefaktwaffen sind scheiße zu kriegen deswegen äh äh machen wir nicht so dann sage ich mal vielen dank fürs zuschauen und ich hoffe wir sehen uns morgen wieder tschüss das ist das ist die Behind-Education natürlich das ist das ist das ist Vielen Dank.